Was glaubt mein lieben Freunde, euer Andy und herzlich willkommen zum nächsten Wager Match gegen Jerry's Gaming LPs Ja meine lieben Freunde, heute geht's um sattel 2 Millionen Münzen, also jeder setzt 1 Million gegen Jerry's Gaming LPs Der hat uns ja schon zweimal herausgefordert und gegen den hat man ja das beste Wager Match aller Zeiten gehabt, wenn ihr euch noch erinnern könnt daran Und heute hat er uns wieder herausgefordert und da hab ich mir gedacht, komm zock mal wieder gegen ihn Weil er will uns unbedingt schlagen und die Chance will ich ihm nicht entgehen lassen Freunde Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt ins Spiel, ich bin auf jeden Fall richtig heiß Ja Freunde, das Intro, was ich jetzt gerade aufnehme, das habe ich nach dem Wager Match aufgenommen Beziehungsweise mehrere Tage später, da bin ich frisch rasiert und ihr werdet gleich sehen, ich hab da wieder einen Bart und die Haare nicht gestylt und so Alles klar Freunde, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß, es ist wieder richtige Spannung angesagt Freunde Also ja, mittendrin statt nur dabei, alles klar Freunde, bloß Götz So meine lieben Freunde, und da ist er auch schon, Jerry's Gaming LPs Ich bin mal gespannt, ob er sich ein neues Team zugelegt hat Und ja Freunde, ich bin einfach nur sowas von nervös, das wird jetzt echt ein schwieriges Spiel werden Denn es geht einfach um all unsere Münzen, wenn wir verlieren, haben wir einfach komplett gar nichts mehr Ach du Scheiße Oh mein Gott Freunde, das wird jetzt richtig schwer werden Kann sein, dass ich kaum reden werde, weil ich mich so konzentrieren muss Ach du Kacke Freunde, alles klar, los geht's Jetzt geht, geht Junge, Doppelpass, Emenike rennt vorbei Jaaaah 1 zu 0, vierte Minute, Emenike Ein Doppelpass und wir sind durch, guckt euch das an Freunde Zack und dann Golasso der Emenike Golasso Ole, 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 habt ihr das gesehen? Tunnel durch die Beine A la Ronaldinho Gaucho, stylisch, tunne jeden, weil ich geil bin Und Emenike, Emenike Mann ey, das wäre das 2-0 Freunde, ihr kennt meine Eckballtaktik Immer kurz spielen und dann 1 gegen 1, 1 gegen 1 Ihr kennt mich Freunde, zack, ich vernaß die Elfmeter Jaaa, jaaa Boah, komm Freunde, bisher der beste Wagerstart überhaupt von uns ey Komm, der muss jetzt reingehen, der muss jetzt reingehen, Mann Komm Junge, Goal Lasso, 2 zu 0 Diego, Diego Sauber, Mann Guckt euch jetzt diesen Freistoß an, Freunde Es wird das 3 zu 0 Ist der Gegner besoffen, was macht der da? Komm, jetzt schieß mal drauf Bam Scheiße Fernandinho mit dem Roulette Fernandinho Oh, oh, oh Keine Abseits Au, Babel Young Nein Oh, Scheiße Kipper Junge Oh, 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 oh Das ist keine Abseits Scheiße, geht er dran Nein Ja, Chicaui, der Gegner verschätzt sich Rabona-Fact Chicaui Zack, wir drehen uns um Scheiße Wager-Match, wir gehen hier durch Goal Oh mein Gott, Alter Einfach nur auseinandergeskillt Hier, 3 zu 0 Chicaui, schaut euch das an, was ihr da für Faxen macht Und es geht einfach um 2 Millionen, ey Oh, jo, ist der schnell Ja, Chicaui am Ball Rabona-Fact Waka, waka Der Gegner kommt Scoop-Tür Wir setzen uns hier durch Chicaui Oh mein Gott, Alter Jetzt haben wir Chicaui am Ball Rabona-Fact Waka, waka Scoop-Tür Chicaui Ach du Scheiße, was ist los, Mann Oh, jetzt haben wir nochmal Reus Ey, jetzt macht er auch schon solche Taktiken, ey Ramos Ramos lässt grüßen Oh, oh, Aubameyang Scheiße, komm, Onua Geh da dran, Junge Geh da dran Scheiße, Mann Ein schönes Tor hier vom Gegner Ey, Aubameyang Der ist einfach so schnell Nein Komm, oben läuft jetzt hier Oh mein Gott Was ein genialer Pass hier auf Seidu Dumbia Der macht das Ding Nein, nein, nein Guck mal, Freunde Jetzt mit der Ansage Übersteiger Wir gehen vorbei Macht einen Job Und dann Oh, Scheiße Kippa Kippa Nein, Alter 3-2-89 Ja, Mann, Alter Sieg, Junge 3-2 Ey, Freunde Ich kann es gar nicht glauben, Alter Wir haben eine Million Münzen gewonnen Jetzt haben wir zwei Millionen Und können uns bald Ein richtig geiles Team bauen Mit Ronaldo Neymar Und so weiter Freunde, Alter Ich kann es nicht glauben, ey Hallo Hallo Jo Jo, du hast gespielt, ey Ähm, ich mach den Angebot, okay? Alles klar Also, wenn Wenn wir jetzt noch ein Spiel spielen Und du das gewinnst Kriegst du drei Millionen Drei Ja, und wenn ich das gewinne Krieg ich die Millionen Überdebigen Spielschaft Ja, okay Machen wir Ja, okay Okay Alles klar Alles klar Okay, bis gleich Latt einen Bis gleich Ciao Ach, du Scheiße, Freunde Habt ihr das gerade gehört? Ey Bin ich das wirklich eingegangen? Ey, Freunde Der hat uns drei Millionen angeboten Da sage ich doch nicht nein, oder? Wir haben so gut gespielt Und wenn wir jetzt verlieren Haben wir eigentlich so gut wie nichts verloren Wisst ihr, wie ich das meine? Dann haben wir ja einfach Dings Dann haben wir ja praktisch nichts verloren Nichts gewonnen Alles klar, Freunde Ich lade den auf jeden Fall jetzt ein Und dann Ja Werden wir jetzt nochmal alles geben Alter Drei Millionen, ey So, Freunde Dann geht es auch schon direkt los Ins nächste Spiel Alter Sowas habe ich auch noch in keinem Wager-Match erlebt Dass der mich anruft Und sagt Ey, ich mache dir neues Angebot Drei Millionen Münzen, ey Kranke Scheiße, Digga, Alter Freunde Wenn wir jetzt Ich gehe aber ganz locker ran Weil wenn wir verlieren Haben wir sozusagen nichts verloren Wisst ihr, wie ich das meine? Weil Ja Komm, Alter Wir müssen jetzt einfach Gas geben, Alter Drei Millionen, ey Komm Locker, Freunde Wir machen das jetzt Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Emenike 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 Komm, geh Emenike Schieß, Mann Eigener Mann Komm, Junge T.O.T. bringt die Flanke Goal Achso 1 zu 0 Emenike, Alter Freunde Wir haben heute einfach so einen guten Tag Ey, wir spielen einfach richtig geil Komm, Junge Chicaoui Rulett Chicaoui Chop Chicaoui 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 Dann Ball Zack Der geht vorbei Chop Rulett Chicaoui Mann Scheiße Anschlusstreffer Schuss Finte Dreht uns um Und dann Bam Der hält den fest Ach du Scheiße Mann, ey 2-2 Was ein Pass Hier auf Emenike Der schießt drauf Schießt Mann Ja Mann Ja Nein Alter Ich könnte schwören, dass der jetzt reingeht Alter Ich könnte schwören Ich könnte schwören Alter Das ist doch nicht mehr normal, oder? Er hat abgepfiffen, Freunde Alter, Mann Ey Ich bin so am Zittern, Freunde Ey Das kann nicht wahr sein Geh, Emenike Das ist kein Abseits Jetzt nochmal unten Dumpia Mann Ja Nein Was machen Scheiße Scheiße Ja Ja Mann, ey Mann, ey Ja Komm Dumpia 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 Mann, ey Ja Ja Es wird da, Mann Ey, fuck, Freunde Soll ich einfach Eier zeigen Und wieder in die gleiche Position schießen, Alter Aber der Gegner Was bitte sich denken Ey, Scheiße Wir schießen nach links Wir werden nach links schießen, Freunde Nach links Nach links Ja Junge 1-1 Diego, Baby Boah, ich hätte auch in die Mitte schießen können Der ist nach rechts gesprungen, Alter Ja Ja Wieder Elfmeter, Alter Geht doch Oh, fuck, Junge Diego, Alter Dein dritter Elfmeter, Junge Fuck Wohin schießen wir Was soll wir machen Ich werde in die Mitte schießen, Freunde Ich werde in die Mitte schießen, Alter Ich werde Ich bin eine kleine Missgeburt Oh mein Gott Das kann nicht sein, Alter Oh mein Gott, Alter Keeper Mein Gott, ey Geh doch mal rein Ach komm, alles dieses Pace Nein 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 Nein, Alter Mann, ey Das kann nicht sein Ja, guck mal Wie der einfach durchrennt mit seinem Emelika Das ist doch nicht mehr normal, ey Ja, komm Scheiße Ja, egal Ja Ja Scheiße, Alter Fuck, ey Das ärgert mich jetzt ohne Ende Ja, toll Oh, Junge Drei, vier, zwei Minuten noch Komm Ja, okay Ja, scheiße Ja 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 Ach, guck mal Die ganze Abwehr ist vorne Ich habe totaler Angriff Ja Okay, okay Okay Ja, wir haben verloren Ja, verloren, Alter Fuck, ey Fuck Egal, ich bin kein schlechter Verlierer, Freunde, Alter Ich bin zwar etwas enttäuscht von mir Ey, wir hätten den Elfmeter reinmachen müssen Dann wäre es 2-1 für uns gewesen Ey, scheiße, Alter Fuck, Alter Wow Fuck, das ärgert mich gerade richtig, Freunde Ey, kacke Wir hätten uns von den Münzen Ronaldo alle holen können Jetzt haben wir einfach gar nichts gewonnen Und nichts verloren Ach, kacke, Alter Fuck Ja, Freunde Das war es dann jetzt auch Von diesem Wager-Match-Spiel Also Ich fand, das war einfach mal wieder richtig krass gewesen Das war einfach so heftig gewesen Wie das andere gegen ihn da Wo wir ganz knapp gewonnen haben, Alter Ja, Freunde Das war es dann jetzt auch Ich würde mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, Alter Also ich fand Es war einfach nur Spannung pur Spannender geht es einfach nicht mehr Und wie gesagt Schaut auf jeden Fall auf dem Kanal von Jerry's Gaming LPS vorbei Ist richtig korrekter Junge Und Ja Kacke, Alter 4-3 verloren, ey So knapp vor 3 Millionen Münzen gewesen Egal, Freunde, Alter Wir kriegen das schon noch hin Wir werden uns auf jeden Fall demnächst Ronaldo irgendwie leisten können Und ich werde da schon alle Wege Ich werde da schon alle Sachen in die Wege leiten Das klappt schon irgendwie, ey Ja, Freunde Das war es dann jetzt auch Euer Önny ist raus Macht's gut Haut rein Und Ciao Wow, wow, wow Falsche Tür RABURTS Yeah Was glaubt, meine lieben Freunde Euer Önny Und herzlich willkommen zum 5. Advent-Kalender-Video